Hallo und willkommen zu einem weiteren Photoshop Tutorial. Ich bin der Oliver und heute möchte ich euch mal zeigen, wie man hier diesen Schnappschuss aus Raikjavik, wie man den hier jetzt bearbeiten kann, nämlich den Horizont hier begradigen kann. Ich dupliziere mal die Ebene mit STRG und J. Und zwar gibt es hier extra ein Werkzeug, nämlich das Linealwerkzeug. Das kann ich ganz einfach anwenden. Ich setze jetzt hier einen Punkt, halte die Maustaste gedrückt, ziehe dann hier nach rechts. Ich lasse jetzt hier meine Maustaste los. Jetzt habe ich hier meine Lineal gezogen quasi. Jetzt klicke ich hier oben auf Ebenen gerade ausrichten. Das mache ich jetzt mal. Und Photoshop hat mir jetzt hier die Ebene ausgerichtet. Da jetzt hier durch das Drehen hier unten und hier oben dieser Beschnitt entsteht, nehme ich mal STRG und T. Ziehe jetzt hier einfach mal mit gedrückter Shift und Alt-Taste hier mein Bild ein bisschen größer. und dann habe ich hier meinen Horizont begradigt. Okay, das war's. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.